Wie schafft man es schnellstmöglich auf 10.000 Euro Umsatz im Dropshipping zu kommen? In diesem Video werde ich dir erklären, wie du es in nur drei simplen Schritten schaffen kannst, ohne die typischen Fehler zu begehen, die die meisten Dropshipping-Anfänger machen. Wenn wir 10.000 Euro Umsatz einfach mal runterbrechen, also wenn wir auf einen Monat gesehen 10.000 Euro Umsatz erreichen möchten, dann müssten wir am Tag ca. 333 Euro Umsatz machen. Das sind dann, wenn wir einen Artikel für 50 Euro beispielsweise verkaufen, sieben Bestellungen am Tag aufgerundet. Wenn du jetzt vielleicht gerade am Anfang stehst, dann klingen höhere Umsatzzahlen für dich unrealistisch, aber im Laufe der Zeit normalisiert sich das dann und du gewöhnst dich dann auch dran. Zu diesem Thema bekomme ich natürlich auch oft die Frage gestellt, wann es realistisch ist, solche Umsatzzahlen zu erreichen. Meine Antwort ist da immer, wenn du schnell in der Umsetzung bist und wirklich am Ball bleibst, wirklich auch viel Zeit reinsteckst in das ganze Business, dann kannst du das durchaus in zwei bis drei Monaten erreichen. Und da ist wirklich entscheidend, dass du einfach schnell in der Umsetzung bist, also nicht großartig an irgendwelchen Sachen rumfummelst, die gar keinen Sinn machen, wie zum Beispiel an deinem Logo oder an irgendwelchen Sachen, die dir einfach kein Geld bringen. Also vor allem in dieser Zeit, also wenn du das schnellstmöglich erreichen möchtest, musst du den Fokus behalten und musst schauen, dass du einfach nur geldwirksamen Aktivitäten folgst. Dass du einfach nur Aktivitäten machst in deinem Business, die dir auch tatsächlich dann später Geld bringen. Das solltest du auf jeden Fall beachten, aber dann gibt es noch drei Schritte, die ich dir jetzt erklären möchte. Und der erste Schritt ist das Fundament. Das Fundament sollte möglichst stabil sein und im E-Commerce bedeutet stabil, dass du einfach vor allem ein Produkt hast, welches eine Nachfrage hat. Bedeutet, du löst mit deinem Produkt gegebenenfalls ein Problem oder du schaffst mit deinem Produkt einen echten Mehrwert. Das ist wirklich ein Produkt, was die Leute kaufen möchten. Dazu solltest du natürlich schauen, dass dieses Produkt überhaupt Marge abwirft. Heißt, dass du jetzt nicht irgendwie ein Produkt verkaufst, wo es generell schon unwahrscheinlich ist, dass du dann auch später Gewinn machst, sondern dass du ein Produkt auswählst, wo du natürlich am Ende des Tages auch eine gewisse Gewinnmarge hast. Hier solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du kein Produkt verkaufst, welches eine hohe Sättigung erreicht hat. Wenn du nämlich ein Produkt verkaufst oder testest später im Marketing, welches schon wirklich stark gesättigt ist durch andere Dropshipper, dann wirst du sehr wahrscheinlich scheitern und wirst so nicht schnellstmöglich zu deinen ersten 10.000 Euro kommen. Hier solltest du vielleicht auch schauen, ob du nicht irgendwo neue Trends entdeckst, wo du dann tatsächlich auch drauf springen kannst und diese Trends dann auch relativ früh ausnutzen kannst mit deinem Produkt. Aber du kannst natürlich auch schauen, was du für Interessen hast, was du für private Interessen hast. Vielleicht machst du gerne Sport, vielleicht spielst du irgendein Musikinstrument oder triffst dich gerne mit Freunden und da kannst du einfach schauen, okay, was gibt es da vielleicht in diesen Bereichen für Trends, die ich jetzt für mich und für meinen Online-Shop nutzen kann. Wenn du nämlich in dieser Bubble bist, also in dieser Interessensgruppe, dann bist du natürlich auch immer up-to-date mit den neuesten Trends und mit den neuesten Infos in dieser Bubble. Von daher kannst du dann auch diese Informationen, die du dann auch früh hast, weil du dich ja jeden Tag vielleicht mit dem Thema beschäftigst, dann auch für dich nutzen. Heißt dann im Klartext, dass du dann einfach schnellstmöglich mit diesem Trend arbeitest, ja, da irgendwie ein Produkt zu findest und dieses Produkt dann in deinem Online-Shop launchst. Das wäre das nächste Stichwort. Heißt, du hast dann vielleicht ein Produkt, welches einfach nicht so eine enorme Sättigung hat. Dann im nächsten Schritt würdest du natürlich den Online-Shop aufbauen. Heißt, du musst da natürlich auch schauen, dass der Online-Shop vernünftig aufgebaut ist. Ja, der sollte jetzt nicht nur gut aussehen, sondern der sollte vor allem auch starke Texte haben, ja, gute Bilder, vor allem auch für Vertrauen beim Kunden sorgen. So, dass dieser dann dort auch einkauft. Ich sehe vor allem hier oft den falschen Fokus, ja, wo dann wirklich dann jede Farbe ausgearbeitet wird, bis ins letzte Detail. Das Logo wirklich dann nochmal ausgearbeitet wird. Vielleicht hier und da nochmal ein Bild angepasst wird. Aber viel, viel wichtiger ist einfach, dass es ja emotional triggert. Wie gesagt, sind die Texte dort entscheidend, ja, dass die dann wirklich jemanden abholen. Und vor allem das Thema Social Proof, ja, bedeutet noch einmal Vertrauen. Heißt, wenn jemand von einer Werbeplattform auf deinen Shop kommt, dann muss er natürlich diesen Shop vertrauen, um dort einzukaufen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den sehr viele nicht beachten. Das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn ohne das Thema Social Proof wirst du sehr wahrscheinlich nur wenig oder keine Käufe erzählen. In diesem Zusammenhang ist noch wichtig, dass du dann auch noch ein gutes Offer hast, ja, heißt kein Streichpreis, sondern ein besseres Offer. Habe ich auch bereits schon in anderen Videos erklärt, ja, wie man so ein gutes Offer schnüren kann. Aber das ist auch nochmal ein Punkt, der dann natürlich den wahrgenommenen Wert von dem Ganzen, also von deinem Produkt steigert. Und dadurch kannst du dann jemanden viel eher dazu animieren, etwas einzukaufen. Vor allem dann auch spontan einzukaufen, ja, was du natürlich möchtest. Du möchtest ja, dass jemand von einer Werbeplattform auf deinen Shop kommt und dann am bestenfalls auch direkt kauft. Ja, das alles zusammengefasst ist auf jeden Fall das Fundament. Ja, also das solltest du auf jeden Fall beachten. Und im zweiten Schritt kommt dann die Strategie. Wenn wir im ersten Schritt mehrere Produkte rausgesucht haben, die unserer Meinung nach auf jeden Fall Potenzial haben, dann sollten wir jetzt schauen, dass wir diese Produkte so schnell wie möglich testen können. Es könnte ja sein, dass wir mehrere Produkte testen müssen, ja, also nicht nur eins, sondern vielleicht auch mehrere. Aber genau das ist ja der Vorteil im Dropshipping, dass wir die Möglichkeit haben, schnell mehrere Produkte zu testen. Und deswegen bietet es sich vor allem hier an, einen Nischenshop zu bauen und innerhalb dieser Nische einfach dann mehrere Produkte zu testen. Heißt, du hast da einen Nischenshop, ja, zum Beispiel einen Hunde-Online-Shop und dort kannst du ja dann sehr viele Hundeprodukte online stellen, ja, und diese dann auch vor allem hintereinander testen. Bedeutet, du müsstest, wenn das erste Produkt nicht funktioniert, nicht direkt einen neuen Nischenshop bauen, sondern du könntest einfach hier weitermachen. Wenn das alles steht, müssen wir uns natürlich um die Erstellung der Creatives kümmern. Ja, bedeutet, du solltest auf jeden Fall die Zielgruppe hier ganz genau analysieren und schauen, was die Zielgruppe triggert. Also, warum kaufen die dieses Produkt? Was gibt es gegebenenfalls für Einwände? Also, was könnte den Kunden tatsächlich davon abhalten, dieses Produkt zu kaufen? Das alles direkt vor allem dann auch in der Creative adressieren. Und diese Creatives können natürlich Werbevideos sein oder aber auch Bilder, ja. Also, man kann natürlich auch Bild-Creatives nutzen. Die hat man nämlich sehr, sehr schnell erstellt. Man kann vor allem auch so schnell eine Variation erstellen. Und du solltest definitiv mehrere Creatives zur Auswahl haben, ja. Du solltest nicht nur ein, zwei Videos haben, sondern bestenfalls mindestens drei und vor allem dann auch mehrere Bilder, die du dann gegeneinander testen kannst. Wenn wir die Creatives dann fertig erstellt haben, würden wir dann anfangen, Werbung zu schalten, ja. Entweder auf Meta oder auf TikTok. Da kommt es so ein bisschen darauf an, was für ein Produkt du hast, ja. Also, was für eine Zielgruppe. Aber generell würden wir da eine Testkampagne erstellen, ja. Und würden die erstmal ein paar Tage laufen lassen. Nach diesen paar Tagen würden wir dann schauen, was gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Da gibt es natürlich hier und da Optimierungsmöglichkeiten, ja. Also, entweder bei den Creatives oder im Online-Shop. Da müsste man natürlich schauen, wie die Kennzahlen sich verhalten. Aber wenn wir sehen, dass etwas zum Beispiel besonders schlecht läuft, dann können wir das natürlich ausschalten. Und wenn wir sehen, dass etwas besonders gut läuft, können wir davon einfach mehr machen, ja. Das heißt, wir würden dann einfach die Werbeanzeige nehmen, die gut läuft, ja. Und würden da einfach mehr Geld drauf schmeißen, damit wir dann auch so mehr Umsatz machen letztendlich. Im Marketing ist es einfach erstmal so, dass du erst einmal was testen musst, ja. Und dann nach ein paar Tagen siehst du, ob etwas gut funktioniert oder eher nicht. Ja, das, was nicht funktioniert, das schaltest du dann ab. Und das, was gut funktioniert, da machst du dann einfach noch mehr davon, ja. Heißt, du schmeißt da Geld drauf oder machst dann halt ähnliche Werbevideos oder Werbebilder und, ja, schmeißt da zusätzlich Geld drauf. Ja, und so sorgst du dann auch dafür, dass du dann mehr und mehr Umsatz machst. Und der nächste simple Schritt, den wir dann noch befolgen müssen, ist die Skalierung. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir machen mehr von dem, was bereits funktioniert. Heißt, einfach analysieren, gucken, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und was man unbedingt beachten sollte, dass man da natürlich schon profitabel ist. Bedeutet, wenn du im vorherigen Schritt die Werbung skaliert hast, ja, und du bist nicht profitabel danach, dann solltest du das Ganze natürlich nicht weiter skalieren. Wenn du aber profitabel bist, dann kannst du natürlich dein Budget weiter erhöhen und so deinen Umsatz steigern. Was du sonst noch machen kannst in der Skalierung, du kannst natürlich auch das Ganze auf mehrere Vertriebskanäle ausbreiten. Bedeutet, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt auf Meta profitabel, dann kannst du natürlich auch auf TikTok das Produkt einmal antesten, ja. Oder das Produkt auch mal bei Google antesten, ja. Also du gehst dann wirklich auf weitere Vertriebskanäle, um dann noch mehr Traffic auf deinen Online-Shop zu bringen, ja. Und so weiterhin deinen Umsatz zu steigern, ja. Das vergessen auch viele, also wenn es dann mal läuft, dann konzentrieren sich die meisten nur auf eine Werbeplattform, aber du kannst vor allem auch auf anderen Werbeplattformen dann noch zusätzlich Geld machen. Wenn du dann nämlich deine 10.000 Euro Umsatz erreicht hast, dann ist natürlich das nächste Ziel mehrfach fünfstellige Monatsumsätze, ja. Und da ist es dann so, dass du vor allem mit weiteren Vertriebskanälen so schneller vorankommst, ja. Heißt, wenn du quasi auf einem Ad-Channel dann irgendwie ein Umsatzplateau erreicht hast, dann hast du halt noch Hilfe von den anderen Vertriebskanälen. Oder du kannst beispielsweise Influencer engagieren und so auch noch deinen Umsatz steigern. Aber was du auf jeden Fall nicht vergessen solltest, wenn dein erstes Produkt nicht funktioniert, dann solltest du dich nicht verunsichern lassen. Im Dropshipping hast du ja die Möglichkeit, mehrere Produkte zu testen. Und deswegen solltest du diese Möglichkeit auch nutzen, ja. Du solltest jetzt nicht nach dem ersten Produkt sagen, okay, das klappt nicht, ja. Das macht so keinen Sinn, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, sondern du musst beharrlich bleiben vor allem und musst dann einfach weitere Produkte testen. Ja, das ist ein ganz normaler Prozess, den man durchläuft. Wir haben auch schon hunderte Produkte getestet. Wir sehen das ganz oft, dass man einfach mehrere Produkte testen muss, um wirklich Erfolge zu erzielen. Und genau das ist einfach der Punkt, ja. Stell dir mal vor, dein drittes Produkt, welches du testen würdest, wäre ein Winner. Wäre ein Produkt, was dir langfristig wirklich sehr, sehr viel Geld bringt, ja. Was es dir ermöglicht, deinen Job zu kündigen, deiner Familie zu helfen und so weiter. Aber du hast nach dem zweiten Produkt aufgegeben. Ja, du hast nach dem zweiten Produkt gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr. Ja, das bringt alles nichts. Und das Geschäftsmodell ist tot. Ja, dann hättest du das dritte Produkt gar nicht erlebt. Das heißt, du hast kurz vor dem Ziel aufgehört, ja. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade. Deswegen, was ich dir sagen kann, man muss meistens mehr Produkte testen. Ja, das erste Produkt ist meistens nicht das, was dich dann jahrelang, ja, begleitet, ja, auf deinem Weg. Und was du vor allem auch machen musst, du musst den Fokus behalten. Ja, du musst die richtigen Dinge machen. Du darfst nicht abschweifen. Du darfst nicht irgendwie andere Geschäftsmodelle dann zwischendurch noch sehen, die du vielleicht attraktiver findest. Oder du darfst jetzt nicht irgendwie dann denken, okay, ich verkaufe jetzt physische Produkte. Jetzt möchte ich dann doch digitale verkaufen oder jetzt mache ich doch Print on Demand oder jetzt mache ich dies und das. Sondern du solltest wirklich den Fokus behalten auf eine Sache, ja, auf eine Strategie vor allem, die funktioniert. Und nicht irgendwie, ja, tausende Strategien vermischen und dann einfach hoffen, dass es funktioniert. Und so kommst du dann tatsächlich auf die ersten 10.000 Euro im Monat. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so schwierig. Du musst einfach wirklich die ganzen Schritte befolgen. Und vor allem auch einer Strategie folgen. Was aber auch wichtig ist, was ich hier gerade schon gesagt habe, der Mindset. Ja, du solltest nicht verunsichert sein, wenn mal was nicht funktioniert. Das ist ganz normal. Du solltest dann auf jeden Fall weitermachen. Aber, was ich dir sagen kann, was dir auf jeden Fall weiterhilft, ist eine 1 zu 1 Zusammenarbeit mit uns. Denn du wirst so definitiv weniger Fehler machen, ja, du wirst so schneller an dein Ziel kommen und vor allem auch weniger Geld verbrennen. Ja, weil du nicht erstmal selber schauen musst, wie du dann alles alleine machst, ja, also von der Produktsuche über den Shopaufbau bis hin zum Marketing. Weil, wenn man da keine Erfahrung hat, dann ist es nun mal schwer zu wissen, was funktioniert und was nicht. Wir machen E-Commerce schon seit 5 Jahren, haben viele Online-Shops von 0 aufgebaut. Ja, wissen also, welche exakten Schritte man befolgen muss, um wirklich sein Ziel zu erreichen. Ja, wenn das für dich interessant klingt, dann trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Dann sprechen wir miteinander und schauen, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesem Video hier ein Like da lässt. Ja, abonnier auch gerne den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Olli. Ciao.